Musik Als Ausreichflugplatz werden wir Ranke nehmen Am Pariturflug werden wir 10 Passagiere von Venedig aufnehmen Wetter, Ranke ist rund 110 Knoten Das heißt 381 Pfund in 22 Minuten Musik 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 Es ist so, dass mir mein Mann, mein damaliger Freund noch vorgeschlagen hat, ich könnte auch einmal bei einem Privatblöckenkurs zuhören kommen, aber was man einmal gelernt hat, das kann ich im Keller mehr nehmen und das hat mich dann so interessiert und bin dann ein paar Mal mitgeflogen und das hat mich dann nicht mehr losgeleitet. Also entweder hörst du ganz auf oder du machst das Bescheid. Wie haben das Ganze die männlichen Kollegen aufgenommen? Die haben das eigentlich alles positiv aufgenommen, ich bin bis jetzt eigentlich auf überhaupt keine Komplikationen gestoßen, eigentlich ganz im Gegenteil, es sind alle recht begeistert, dass das einmal ein Mädel auch macht. Es kommen teilweise am Anfang sicherlich lustige Bemerkungen, aber die sind nicht böse gemeint, das merkt man eigentlich sehr schnell heraus. Nee,test du gar nicht im Keller. Jenny Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020